Musik Musik Seit Generationen und ich seit 1990 machen wir hier Weintrauben in diesem Gebiet am Beginn des Leitengebirges, weil das Terroir, dieser Boden und Klima, diese Kombination so perfekt ist. Musik 2004 habe ich diese Zentrale für die Produktion der Weintrauben hier errichtet, aber dieses Weingut wird auch verwendet, um verschiedene Veranstaltungen zu machen als Eventlocation. Musik Wir zählen eigentlich zu den modernsten Weingütern Europas, aber das Wichtigste, die Basis ist die Qualität der Weintraube. Musik Wir wollen nicht mehr wachsen, wir müssen nicht mehr wachsen, die Qualität ist alles für uns. Musik 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 Wir haben 2005 unseren ersten Shop eröffnet und wir wollen einfach von der Produktpalette erweitern, alles was mit Wein zu tun hat, von Käse, Essig, Öl bis hin zur Schokolade. Musik Leverhillinge, More Than Wine Musik Leverhillinge, More Than Wine Leverhillinge, More Than Wine Leverhillinge, More Than Wine